Man weiß, die verstehen sich da auch ganz gut, die beiden Halbgeschwister. Sie ist nicht spiel. Ja, shit. So zu verteidigen, wie wir auf dem Platz standen und defensiv, muss ich sagen, haben wir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Vielen Dank. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so gut, dass ich mich nicht bemerkenswerte, die ich nicht zu machen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass es nicht nach 10 Minuten zu bekommen. Also, wenn ich mich über die Spiele, die Zeit für einen Moment an oder andere Frage zu machen, kann ich es nicht bemerkenswerte. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöne Pause! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du willst immer spielen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 immer wieder zu erklären, dass wir, wir waren jetzt nie ganz weg. Wir haben es halt in diesen einzelnen Spielen, ich sage mal, bis auf das Leverkusen-Spiel, das war schon über weite Strecken einfach zu schwach. Hatten wir schon immer wieder Momente und Phasen in den Spielen drin, wo wir auch gute Sachen machen. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie komplett ganz kacke spielen, aber natürlich unter unseren Erwartungen. Und die Erwartungen sind halt nun mal sehr hoch. Also das dürfen wir nicht vergessen. Und trotzdem haben wir Spieler in unseren Reihen, die dem Gegner sehr, sehr wehtun können. Und ich glaube, das weiß jeder. Und deswegen schwebt natürlich schon so eine Hoffnung immer mit, dass wir es einfach besser hinkriegen. Und ausgeschlossen ist es nicht, aber es ist jetzt auch kein Selbstläufer, nur weil wir jetzt einmal 3-0 gewonnen. So von der Einstellung her würde ich es so sehen, wir wollen dem Fußballgott schon nochmal eine Chance geben. Ja, vielleicht brauchen wir auch ihn, aber wir wollen ihm eine Chance geben, dass er Klischees auch beibehalten kann. Also es sieht aktuell nicht nach Vizekusen aus, aber wir wollen dranbleiben. Und trotzdem, die realistische Variante ist natürlich schon, dass die Champions League jetzt der Weg ist, wo der Titel, wo ein Titel zumindest der Weg dahin realistischer erscheint, weil wir halt jetzt im Viertelfinale stehen und steht aktuell 0-0, egal gegen wen. Wirklich eben in die Box reingehen. Er wollte mich zum Interview haben, aber er hat sich den Harry rausgesucht und dann haben sie ihm keinen Zweiten mehr gegeben. Und, ähm... Ja. Ja. Geht's ... Bis zum nächsten Mal. Ich bin eigentliche ich aus dem Ausstrahl. Ich habe mich nicht erwartet, auf dem Beinchen beginnt zu haben. So habe ich mich nicht zu haben. Ich habe heute einen Wissen und ich habe mich in die Türkeitschaft gemacht. Ich habe mich nicht so schlecht, ganz einfach so etwas in der Lage, aber ich habe mich nicht in die Möglichkeit, dass ich mich nicht in der Zeit nicht mehr so sein kann. Ich habe mich nicht mehr auf den Beinchen auf dem Beinchen. Ich habe mich gerade im Moment auf der Kampflug auf den E-Tro-Kampflug. Ich habe mich gerade vor dem E-Tro-Kampflug gesehen. Ich habe mich sicher, dass ich die E-Tro-Kampflug an die Achsemanie-Gemacher vergangen hatte. Ich bin jetzt einfach an der E-Tro-Kampflug im Team. Ich kann mich noch einmal mehr sagen. Ich bin gerade bei E-Tro-Kampflug, wenn ich mich als E-Tro-Kampflug bin, bin ich für die E-Tro-Kampflug bin. Das war's für mich. Ich glaube, es ist ein ganzes Spiel, der wir sehen, was es. Ich denke, dass es heute die Fähl-Gampte ein bisschen ist, dass es wirklich eine große Herausforderung ist, weil es in der Nähe des Tau-Hell-Gampte ist. Es ist eine große Herausforderung, die Fans, die sich darauf an den Tau-Hell-Gampte fühlt. Natürlich, die Fans sind alle gut. Wir haben heute 3-0 geschehen, die in den Mixed-Zone nicht in der Mixed-Zone gab. Ich habe heute ein paar Worte von Kinn-Mehee gehört. Erich Dyer und Doriht sind bereits ein Kind oder andere. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht sehen. Diese Worte zu sehen. Die Worte zu sagen, Doriht, Und dann auch, was das stimmt, dass wir heute gut stehen haben, das dann ganz gut ist. Und in der Champions League auf Zettung, man kann auch von der Bundesliga nicht mehr sagen, sondern alle von der Bundesliga-Legend-Leist zu verabschieden haben, und alle ein paar Fans noch einmal sagen, und jetzt die Weihnachtsfeier-Leist, wie ich in diesem Jahr, die ich in die Szene bin, Ich wünsche euch die beiden Kampfer und die Kampfer-Kampfer-Kampfer-Kampfer-Kampfer. Ich bin jetzt wieder auf der Kampfer. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020